so wir machen weiter bei kirby lande nein da ich weiß mein kommentar in den letzten folgen ist wahnsinnig motiviert macht nix ich kann trotzdem spielen so ok mal schauen was ich hier alles übernommen habe oder verändert oder 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 ach ja wir starten wie immer mit wenig energie ich habe jetzt schon die befürchtung dass irgendwelche meteoriten die runterfallen dass die dann mit zeit wichtige dinge und so weißt du wie ich mein ok wir brauchen auf jeden fall den wind ist in ordnung ist angekommen spiel muss ich dazu von wolke zu wolke oder was ach die sind gegner ok da drüben ist eins und dann hier lang ok so weit so gut da drüben ist noch eins ah verfluchter mist nein nicht bewegen alles gut alles gut kirby bleiben ruhig ok da drüben bewegt sich eins drüben bewegt sich noch eins so hin und her ok das funktioniert besser so jetzt ist erstmal chill da drüben ist essen Richtig und richtig Hier was in der Luft so Also noch hat er gesagt Noch hat er nicht gesagt Ja mein Gott stopp Noch hat er nicht gesagt Dass wir alles haben Aber hier ist schon Ende Da ist noch eins Okay das ist hoffentlich das letzte Das ist nicht das letzte Geht es hier noch Okay Ist hier drüben noch was Weil es da so hingeht Ah ja da ist noch ein 3er safe Das ist jetzt aber alles Yes Prima Okay der Turm Okay ja Eisfähigkeit Unbedingt Weil damit kann ich schön Auf der Lava surfen Damit ist alles gleich viel angenehmer Okay außer ich greife von der Lava aus Jemanden an das ist dumm Okay das wird interessant Okay sehr gut Oh Bruder Oh nein Oh shit Das war nicht so gut Jetzt aber Go Oh äh meine Eisfähigkeit ist weg Ähm Ähm Scheiße Wer kommt jetzt wieder Oder 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 Ja okay cool Dann halt ohne Eisfähigkeit Scheiße Ah Da ist wieder eine Komm her Oh das ist nur eine Leiter Gar kein Abgrund Äh gar kein Boden Okay Ähm Achso Okay so komme ich noch nicht an das Gitter Ah da komme ich wieder von der anderen Ja 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 da komme ich wieder von der anderen Seite ran Ja 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 genau Scheiße man Was mache ich denn So hier rein Abflug Hä da ist noch mal Ah ich verstehe Okay und runter Zack Ah das geht ja nicht auf Okay Ah die Energie ist nicht gut Die Energie ist gar nicht gut Ähm Okay ich flieg da lieber drüber Das erscheint mir sicherer Weil ein kleiner Treffer ist wieder mein Tod Jetzt glaube ich Fürchte ich Okay wie komme ich da hoch Ähm Von da aus vielleicht Ja Essen bitte Yes Oh und was anderes ist hier auch noch Sehr schön Okay da fliegen wir mal drüber Und dann darüber Oh da ist die Kapsel Okay Nein nicht treffen Miest Okay da drüben ist ganz schön Party Okay ich nehme an Ah ja den muss ich noch besiegen Der gibt noch mal ordentlich Einen zumindest Ja das waren alle Okay ganz schnell raus Hier bevor ich noch game over gehe Ab dafür Gut So jetzt kommt die Stammstelle Okay die sind noch ein bisschen Schneller geworden Die Fließbänder Und zwar Oh mein Gott Und zwar deutlich schneller Äh Ah ja Natürlich Also es wird auch garantiert Eins in der Luft sein Oder zwei Oder drei Ah Eintreff und ich bin tot Ja Da ist der Oh da ist der Stein Auch cool Auch cool Den nehmen wir auch gerne mit Ah da hinten ist eins Okay 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 Raus da Uh Tschüss Da ist ein Dreier Vorsichtig 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 Da ist ein Schalter Ah okay Oh Okay Wollen wir Okay Jo aber wie kann ich denn Äh Wie komme ich da so schnell rüber Ah wait Wait Kann ich von hier aus Das treffen Ja das kann ich treffen Vielleicht sogar von hier Ah nicht ganz Ah Doch Easy Okay sehr schön Hätte man wahrscheinlich Mit der Bombe auch machen können Mit der Zeitbombe Aber so geht's auch Ja mit den Bomben wäre es auch gegangen Deutlich leichter Okay da habe ich jetzt ein bisschen hier wieder Respekt vor Okay jetzt hier drauf Oh Gott Ja wie soll ich denn Oh, Hilfe. Schnell durch. Okay, da drüben ist jetzt garantiert noch was. Wo das Feuer mal war, ne? Aber da komme ich jetzt auch so durch. Da komme ich jetzt auch so durch, oder was? Ja, wie? Was? Ah, okay, einfach durch. Uiuiui. Oh Gott, jetzt darf kein Treffer mehr passieren. Und das wird, oh, das wird kritisch. Okay, rüber, 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 rüber. Okay, raus hier. Raus hier. Nicht noch treffen lassen. Nicht von irgendwas treffen lassen. Einfach raus. Puh, nice. Sehr schön. Oh, und Bossfights. Okay, es ist, äh, die Katze, na? Dann er hier. Dann er hier. Oh, äh, so viel dazu. Aber er ist auch, also er ist auch sehr gut in der Situation. Scheiße. Ich dachte, die Katze kommt, aber es sind dann nur, nur Miniboss. Also, nicht mal Minibosse. Es ist nur ein... ...Gegnerwash. Okay, das war's auch schon. Sehr schön. Okay, jetzt fahren wir gleich noch Achterbahn. Oh, das wird auch interessant. Aber da kann ich safe, wenn ich was verpasse, das zurücksetzen. Garantiert kann ich da was zurücksetzen, wenn ich jetzt was verpassen sollte. Aber erst gehen wir da hinten die Leiter hoch. Ist die Leiter auch wieder da? Oder ist diesmal da keine Leiter? Nicht, dass ich wieder was verpasse. Da, Leiter ist da. Dann ist da safe was oben. Ja, gut. Nicht, was ich mir erhofft hatte. Erhofft hatte ich mehr Essen, aber gut. Essen hier noch irgendwo? Oh, schade. Nur eine Münze. Miest. Okay, let's go. Nein! Okay, let's go. Nein, ich hab direkt das Essen verpasst. Oh Gott, du willst mich doch komplett hops nehmen hier. Nein! Oh mein Gott, die Kristalle. Ah, das wird ja... Oh, das wird böse. Okay, Essen in der Mitte. Kristall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kristall. Ah, wir haben alle Krist... Oh mein Gott, wir haben alle Kristalle. Oh, ich dachte schon. Ey, das war wieder super knapp. Oi, 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 oi. So, das war natürlich nicht alles, weil da hinten ist noch ein Abschnitt. Ich hoffe, ich verhindere jetzt hier nicht Energie auf irgendeiner Basis. Okay, das waren alle. Oh yes! Oh yes! Dann kann nichts mehr passieren. Puh! Okay, raus hier. Wir machen das schon immer richtig knapp hier mit den Abschnitten. Aber noch läuft's. Okay, jetzt geht's nach unten. Auch interessant. Okay, Wasser gleich am Anfang. Interessant. Oh boy. Aber ist das jetzt ein reiner Wasserkampf? Also muss ich den mit dem Wasser besiegen? Oder, 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 oder? Das war ein Stich. Mitten ins Herz. Okay. Naja, jetzt ist er easy. Jetzt habe ich ja volle Energie. Also, ja. Ja, wow. Ich hätte einfach draufbleiben sollen. Oh mein Gott, ich hätte... Ey, ist das dämlich, ne? Ich hätte einfach draufbleiben sollen. Naja, gut. So, wir brauchen aber gleich den Kollegen nochmal. Erstmal möchte ich hier die ganze Arena säubern. Okay, hat nix gebracht. Aber dann können wir hier rein. Sehr schön. Ja, jetzt brauche ich ja auch kein Essen mehr. Okay. Nächster Abschnitt. Ah, wir kämpfen jetzt mit jeder... Okay. Ich kämpfe jetzt mit jeder... Mit jeder Verwandlungsfähigkeit. Gegen die Bosse, meinetwegen. Aber ich könnte sie auch einfach ablegen. Also, ich sehe jetzt nicht so ganz die Challenge. Wie gesagt, ich könnte sie einfach ablegen, die Fähigkeiten. Aber gut, ist mir wurscht. Kein Thema, mache ich schon. So, rein da. Oh. Jo, jetzt kämpfen wir mit der Dose. Gegen den Eistyp. Ja. Also, auch. Aber nicht nur. Ja, lol. Ja, gut. Das soll wahrscheinlich einfach nur Spaß machen und nicht schwierig sein. Ist okay. Gibt da nichts dagegen. Okay, da muss ich rein. Okay, so geht das nicht. Okay, wie komme ich da rein? Oh je. Jetzt habe ich getroffen. Bam. Ja, wir haben es bald. Es sind nicht mehr viele, die noch fehlen. Okay, jetzt gibt es noch die Spitze. Ich will nur kurz gucken, ob die Dosen noch hier sind. Dann könnte ich mir Energie noch holen. Nee, keine Dosen mehr hier. Schade. Okay. Dann da runter. Und dann gibt es noch die Dose irgendwo. Ach so, das ist das Ding. Aha. Die Dose kommt, äh, die Dose ist alle schon. Der, die, die Spitze kommt wahrscheinlich zum Schluss. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ich habe so einen lächerlichen Gegner treffen lassen. Oh mein Gott. Gib mir halt meine Schwert zurück. Danke. Yay. Bam. Juhu. Und das war's. Optimal. Wir sind bereit für den letzten Kampf gegen, äh, Dings-DDD. Virgis-DDD-Phantom. What the hell. Okay. Wir bekommen zur Auswahl Wind oder Stacheln. Sollen wir erstmal mit dem Schwert reingehen? Ich gehe erstmal mit dem Schwert rein. Die bekomme ich ja sowieso immer. Also die kann ich ja immer nehmen. Aber Schwert habe ich nur jetzt einmal dabei. Virgis-DDD-Phantom. Illusion-Uhr-Erzweit. Was kannst du denn so mit Schicks? Oh, der geht aus. Ja, damit hat sich das schon erledigt. Mit meinem Schwert. Schade. Oh, die Plattform kippt. Wir sind hier bei Bowser. Bin da im Lavasee. Wusste auch wieder niemand. Aua. Aua. Kann ich auch drehen? Ah. Du kannst das auch sehr gut. Oh mein Gott. Wir sind wirklich bei Bowser. Aua. Aua. Und. Nein, 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 nein. Ramin gleich. Da ist er down. Ach ne, das ist ja nur die erste Phase. Scheiße, ich hab das vergessen. Ah, fuck, das ist ja nur die erste Phase. Da war ja was. Äh, ja, moin. Äh, äh. Ja, okay. Okay. Aua. Okay, schlechte Idee. Das war auch nicht so gut. Aua. Oh Gott, da kommt wieder alles hoch. Ja, jetzt hätte ich ihn angreifen. Ja, super. Ja, nee, ist klar. Okay, ja, das ist, äh. Dann würde ich fast die... die Dings nehmen. Den Wind. Mal probieren. Wir probieren den Wind mal aus. So, Wind gegen Feuer. Vielleicht kann ich damit das Feuer ausmachen, was er so von sich feuert. fände ich ganz cool, wenn das gehen würde. Und vor allem hier Feuer gegen Feuer, Wind gegen Wind, ne? Auch ganz cool. Ja, doch, fühle ich. Doch, das fühle ich. Das, das fühle ich sehr. Aua. Ja, ich kann dem allen ausweichen. Ich kann dem allen... Okay, dem nicht. Ich kann den... Ah, und ich kann die Sterne, Sterne mitnehmen und ihnen den reinknallen. Uh, das ist auch geil. Das ist natürlich auch ganz stark. Ja, und damit ist die erste Phase schon durch. Kann ich zu ihm rüber eigentlich, wenn er das macht? Oh, Hilfe. Äh, kann ich nicht... Nein, 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 Hilfe. Ah, weg da. Ja, okay. Da, komm ran, Kollege. Yo. Und ihm einfach jetzt schon mega Schaden machen kann. Voll gut. Okay, ja, das ist die... Das ist definitiv die Fähigkeit, die man hier nehmen sollte. Ja, auch hier, das Feuer geht einfach aus. Ja, das ist... Das ist die Fähigkeit. Noch sieht es auch ganz gut aus von der LNG hier. Ich denke, das schaffen wir. Müsste funktionieren. Ja, auch die... Auch die Attacke tut mir jetzt eigentlich nicht sonderlich weh. Ja. Einfach ein bisschen um ihn rum. Ein bisschen Gewitter machen hier. So. Und dann ist er auch gleich down, der Kollege. Tschüss. Sehr schön. So muss das. Damit haben wir alles und sind bereit für das Finale. Uiuiui. Zack. Nice. Oh, gottä. Tätowake. Okay, was passiert jetzt? Wir sind komplett voll. 300. Als Beweis für deinen Mut erhältst du eine besondere Sammelfigur. Wahrscheinlich Leo. Oder so ein Objekt selber. Leo. Und Tatsandra. Ach, die heißt nur Sandra. Okay, okay. Eins herrschte dieses Duo gemeinsam über das Tierreich, bis Leo IDFR6 begegnete und plötzlich eine Sprache, die Sandra nicht verstand, also kein Miauen. Obwohl er das Bessie-Nudel gründete, verlor sie nicht den Glauben an ihn, sondern nahm eine neue Identität an. Ah, Tatsandra. Ah, sie. Und da ist dann auch das letzte Level. Du kannst Leos Präsenz auf dieser vergessenen, isolierten Insel spüren. Beeil dich und hilf ihm. Ja, ich beeile mich total. Werd aber dringend noch ein paar dafür warten. Ja, hier geht's dann nächstes Mal rein. Ich bin gespannt, wie viele drei Millionen Bosse wir dann hintereinander machen müssen. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Vielen Dank.